Die Zusammenarbeit mit IKEA begann mit einer Anfrage an Art Rebels, einem Netzwerk von Künstlern, Musikern und Designern, zu Kreativideen für eine limitierte Möbelkollektion. Eine Woche später erhielt ich dann eine Nachricht von IKEA. Sie liebten die Idee und wollten loslegen. Ich denke, das wird ein echt interessanter Workshop und eine spannende Zusammenarbeit. Hier müssen wir ein bisschen rockiger sein. Es können aber auch neue Möbel sein, die man selbst neu zusammenstellt. Sie stellen uns Fragen, über die wir noch nie nachgedacht haben und das öffnet mir etwas die Augen. Es tut sich wirklich etwas. Die Ideen sind beinahe magisch. Ich fühle mich wie ein Kind im Spielwarenladen. Auch die Ideen sind beinahe magisch. Auch das geht euch das zu einigen. Untertitelung des ZDF, 2020